Zeig deinen Joe Dante-Film, die Reise ins Ich. Drei, zwei, eins, Zirkel! Auf Mikrobengröße verkleinert, soll der wackere Testpilot Tuck Pernwürttemberg in einem bazillengroßen U-Boot das Körperinnere eines Versuchskaninkids erforschen. Aber statt in dem weißen Langohr landet er im Allerwirt. Ich bin in einem fremden Menschen, jetzt hat's mich endgültig erwischt. Ich bin in einem fremden Menschen, umgeben von Fremden in einem fremden Raum. Miniaturisierung, Jack. Das ist der Knaller. Es geht mir nur ums Geld. Und aus diesem Grund, Jack, bleibt uns nichts anderes übrig, als diese kleine Kapsel aus dir herauszuholen. Hey! Es folgt ein wahnwitziger Wettlauf mit der Zeit. Während Jack von mordlustigen Industrie-Spionen verfolgt wird, hat er das ungute Gefühl, dass der Minimann in seiner Blutbahn bald wieder Normalgröße erreichen wird. Alles okay, Jack? Jack, fühlst du dich irgendwie nervös? Eigentlich fühl ich mich im Augenblick ganz locker und entspannt, danke. Du hast gerade den bösen Kämpfer dauert.